was ist mit der tür passiert auf jeden fall gehen wir erst mal direkt rein ins haus und wollen auch direkt mal eine aufgabe würde ich sagen wir haben nämlich acht wo ein wohnenbunker das ist cool wohnenbunker letzte letzte woche hatte meine teuerste und wundervolle frau beschlossen dass meine schwiegermutter bei uns einzieht ich habe beschlossen dass für die geliebte schwiegermutter ein moment so entschuldigung ich bin gerade ein bisschen wie nennt man es egal auf jeden fall gab es bei mir gerade ein bisschen probleme auf amazon deswegen bin ich gerade ein bisschen hier auch nebenbei noch am gucken weil ich gerade mit dem amazon support schreibe ja also nicht wundern dass ich jetzt hier ein bisschen abgelenkt bin irgendwo jetzt dieser bunker sein normalerweise finde ich nicht da ist er hat das ist ja jetzt schon sehr wichtig drin ja dann erst mal reinigen so was haben die denn hier gemacht hier haben wir hier alles machen wir hier mal alles weg das hier ist alles so jetzt hat sich alles wieder geklärt müssen wir mal kurz wieder auf pause machen wenn wir mal einen gewinn hat jetzt bin ich wieder erleichtert dass ich das geld habe falls ihr diese geräusche hört das kommt halt gerade aus dem support so jetzt können wir aber hier auch richtig loslegen viele fragen sich jetzt warum hast du denn mitten in der aufnahme ihr müsst wissen ich bin nicht den ganzen tag zu hause das heißt ich habe jetzt auch nur in dem entsprechen äh dementsprechend in dieser in der zeit eben auch die aufnahme sonst würde praktisch morgen kein video kommen das ging ja 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 jetzt sind sie weg ne doch nicht endlich oh räume den Müll auf ist denn hier noch Müll ich weiß nicht wo die hier noch Müll sehen reinigen die Verschmutzung hier ist aber gar kein Schmutz mehr hat doch hier ja aber das war kein Schmutz ich verstehe das nicht hä ja ach egal äh reinige die Verschmutzung ja keine Ahnung räume den Müll auf habe ich auch keine Ahnung weil hier nix ist das hirn 9 sie ist kein Müll ich verstehen ich soll ich hier drohen Turbine kaufen das hier laufen dann noch mal das wir kommen Tut mir leid, Leute, aber ich kann es jetzt echt hier einfach nur hinstellen, weil hier kein Platz ist. Achso, das muss an die Wand. Dann hier das noch. So. Zack. 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 So. Fertig. Denn ich weiß nicht, wo hier noch Verschmutzung sein soll. Deswegen würde ich sagen, vielleicht nicht, dass einfach mit 5000 schmeckt. Ja, auch. Schmeckt ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Boah, ich habe so cool da, weil ich heute noch gar nichts gegessen habe. Befreie mich von diesen Schrägen. Ne, ich will nichts streichen. Bitte räumen Sie das Haus auf. Ja, das kann ich gerne tun. Ich bin ja ein sehr guter Reiniger, hat man ja auch gerade gesehen. Ähm, ja. Ohi, man hört schon direkt Sounds, obwohl das Ladebüttchen, der Ladebüttchen immer noch da ist. Und hier sieht es natürlich wieder aus wie so ein, äh, Saustein, als wenn hier ein Assi gewohnt. So, wir räumen erstmal hier den ganzen Müll weg. So, dann machen wir hier diese Kakerlaken mal weg. So. Es gibt hier auch tatsächlich eine Funktion bei Hauspliffern, dass man die Kakerlaken gegen Glasscheiden ersetzen kann. Falls Leute keine Kakerlaken bekommen. Haben die wahrscheinlich nichts da eingebaut. So, machen wir das hier einmal auch weg. So. Zack, zack, zack. Alles weg hier. Mit dem blöden Kakerlaken hier. So. Jetzt sind hier keine mehr, ne? Du hast das Kakerlaken jetzt zerstört. Okay. So, jetzt können wir hier reinigen. Zack, zack, zack. Reinige Verschmutzung. Ja, wo ist denn hier noch Verschmutzung? Also, ich weiß nicht, wo das Spielchen noch Schmutz sieht. Ähm. Ja, also, ich verstehe nicht, wo ich hier noch Schmutz... Aha, da. Jetzt verstehe ich es. Aber auch nur, weil ich es gesehen habe. So. Dann machen wir hier auch mal schon die Fenster. Auch aufmachen das Ganze hier, damit es nicht mehr so stinkt hier drin. So. So. Zack, Steckdosen. Ne, die ist heil. Ähm. Hier ist irgendwo eine Steckdose. Ach, da. Die hier. Rausdrehen. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Erste Steckdose fertig. Und hier hinten ist irgendwo eine. Da sehe ich sie doch schon. Soll man denn hier auch hinten dran kommen, ey? Also, jetzt mal for real. Wie soll man denn dann dran? So. So. Der erste Raumfeld. Da geht es raus. Da geht es auch raus. Hier geht es ja überall raus, nur. Okay. Dim, 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 dim. Hier ist doch gar kein Schmutz mehr. Da, so. Dusche. Dusche? Ach so. Ich soll eine Dusche montieren. Die hier, ne? Ich habe keine Ahnung. Montieren. Montieren, montieren, montieren. Zack. 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 Fertig. Ähm. Das war es auch schon. Ich bin schon in dem Badenzimmer. So. Zack, zack. Einmal die schönen Kartons hier. Sauber. Äh. Wegräumen natürlich. So. Verstehe ich schon wieder nicht, wo hier der andere Schmutz noch sein soll. Hier ist noch 1% irgendwo. 1%, 1%. Wo ist dieser? Scheiß 1%. Mann, wo ist der denn jetzt? Ach da, so. Fenster reinigen. Immer diese blöden Scheißfenster. Immer diese blöden Scheißfenster hier. Fertig. Doch nicht fertig. Dacht kurz, ich wäre fertig. Aber hier gibt es ja noch einen Keller, ne? Und der sieht auch wieder aus wie Sau. Und hier sind auch noch mal ganz viele Kakerlaken. Natürlich. Ey, diese Scheiß-Kakerlaken hier. So, jetzt erst mal die reinigen. Äh, hier schön erst mal reinigen. Als ob ich das schon fertig habe. So. 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 Weck mit euch. So. 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 Da oben ist noch Schmutz. So. Da auch. Hm. Sonst sehe ich hier erstmal gerade gar nichts. Warte, hier ist. Ah, das ist kaputt. Wo ist denn hier noch Schmutz? Ach egal, wir erwenden das jetzt hier mit dem Auftrag. Das ist doch langsam hier echt nicht mehr normal. So. Ah. Dann würde ich auch sagen, das war es schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren. Und joinet auch gerne, mein Disco-Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt haut rein, Leute. Euer Stumbo. Ciao, ciao.